Hallo zusammen, ich bin Dominik Walder, einer von gut 20 Verkehrsleitern bei der VBZ. Ich durfte im Jahr 2020 bei der VBZ anfangen. Wir sind hier in der Leitstelle, da stehen uns fünf identische Arbeitsplätze zur Verfügung. Von hier aus werden wir den Betriebsablauf auf dem Netz überwachen und im Störungsfall unsere Fahrdienstmitarbeitenden und Fahrgäste informieren. Ausgeprägte Netz- und Stadtkenntnisse, ein vernetztes Denken und kühlen Kopf bewahren in hektischen Situationen sind elementare Voraussetzungen, um als Verkehrsleiter arbeiten zu können. An meinem Job gefällt mir das Unvorhersehbare. Das gibt uns die Möglichkeit, um uns täglich neu zu beweisen. Bei den VBZ kommt geballte Kompetenz zusammen. Zum Beispiel bei der Leitstelle, beim Fahrplan, bei der Beschaffung und Wartung der Fahrzeuge, den Geleisen und Fahrleitungen, beim Fahrdienst und vielen mehr. Die Kompetenz von mehr als 2500 VBZ-Mitarbeitenden nutzen wir für unsere Dienstleistungen und für komplexe Aufgaben von morgen. Genau jetzt für morgen.